hallo liebe youtube nutzer willkommen zu so kleines vorwort wie ihr seht ist unser high recht groß geworden das problem ist ich hatte zwei drei lass es drei stunden sein gespielt einige folgen aufgenommen und was soll ich sagen habe wieder scheiße gebaut und zwar komplett ohne in game sound praktisch nur mein geprabbel und da habe ich dir einfach mal so ja ich hab dir einfach gelöscht jetzt müssen wir mit dem weitermachen was wir haben und ich zeige euch mal was ich mittlerweile habe nämlich eine recht ansehnliche kampfmaschine falsch so schauen wir mal rein und zwar habe ich dann also übrigens um in dem spiel weiterzukommen immer wieder diese jäger angreifen das ist schade dass ihr es nicht mehr sehen könnte ich nehme mal das gebiss hier völlig ausgebaut den kopf darf ich noch nicht nehmen erst das älteres tier immerhin level 29 und glaube in der letzten folge die noch mit in game sound war war ich level 17 also ich habe da schon ein paar folgen in die tonne gedrückt aber was willst du machen es passiert mir immer wieder habe ich das jetzt schon so dass ich den mikrofon sound separat aufnehmen und dann passiert mir so eine scheiße biometrischer körper wer es lesen will ganz mal einfach pause dann hat man noch den schatten körper den würde ich bevorzugen er sandt eine schöne giftwolke ab eine flosse aber leider nur diese bio elektrische flosse oder flossen in die flossen runter 50 wasser das daheim auch 260 bildung okay das war es erstmal sieht ein bisserl utopisch aus aber geht steil zeige euch das mal wir haben jetzt eine wollte ich noch schauen eine gesamtlänge von fünf meter und 30 na den habe ich nicht gekriegt hast das ist eine scheiße dass man die ganzen aufnahmen zu spät aber ich möchte mal wissen wie lange das noch dauert bis man hier ein älteres tier ist wo sind wir denn hier ach gut am am hintersten zipfel es gibt es fängt das wieder an zu ruggeln da machst du pc upgrades und dann fängt die scheiße an zu ruggeln wollen wir uns mal hier einen menschen können alter verwalter level 30 geil jetzt aber fünf meter 40 wächst eigentlich noch weiter weiß es nicht wir müssen einfach weiter fressen aber unten diese diese skala geht nicht mehr weg ausgewachsen aber wenn ich jetzt ausgewachsen bin wie werde ich dann ein älteres tier altern oder der schwanz fällt mir noch wo müssen wir denn der schwanz fällt mir noch ich muss jetzt viel fressen auf jeden fall sind die alligatoren jetzt gegen uns nur noch kleine eidechsen für die flossen eigentlich total hässlich das passt gar nicht zu dem hai aber die sind halt zweckmäßig sind das das frischer oder jäger ich werde mir mal ein paar boote gönnen woher die roppe das heiweibchen das mit seinen scherzen und beutet vielleicht zu weit gegangen ist ist jetzt gegenstand einer landesweiten heifischjagd die 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 Wir sehen schon, das ist ein Alienhai oder so. Weil unsere moderne Industriekultur nur eine von vielen ist, die Aufstieg und Fall erlebten, kann man unserem unvermeidlichen Zusammenbruch gelassen und entgegenzeigen. Da das Gelände der Golfküste relativ flach ist, kann schon ein geringer Anstieg des Meeresspiegels einen immensen Landverlust bedeuten. Das ist eine weitere erfolglose Haifischjagd für die Menschen in Port Clovis. Die Menschen haben weniger als 5% unserer Ozeane erforscht. Somit gibt es noch unzählige Schätze, die darauf warten, von uns entdeckt zu werden. Das Totenhaiweibchen muss nun getötet und öffentlich ausgestellt werden, um den Rachedurst der Stadt zu stillen. Das ist eine Schicht, die wir jetzt beherrscht, mit dem Ersteck und sieben. Jetzt geht's, wir haben einen Ströbel auf dem красивen Halt. Wir brauchen eine Ströbel auf dem, da. Die Ströbel ist eine Ströbel auf dem. Oh, ich muss hier weg. Die werfen Wasserpumpen nach mir. Aber ich muss essen. Aber der macht jetzt schon schön Ballett. So. Ja. Die Gewässer der Ozeane sind ständig in Bewegung durch die Gezeiten, Strömungen und Superjachten aus Saudi-Arabien. Oh, der labert. Hörst du mal auf zu labern? Ich muss da oben. Es hätte mehr Proteste rund um die 30 Cents gegeben, wenn die Öffentlichkeit nicht schon so abgestumpft wäre, was ökologische Bedenken im Allgemeinen betrifft. Jedes Jahr tropften circa 3,33 Millionen Liter Öl von nordamerikanischen Ölbohranlagen ins Meer und verseuchen die marine Umwelt, deren Bewohner nichts von profitablen Energiekonzernen verstehen. Hat er es dann jetzt? Na, jetzt ist die Anzeige weg. Da oben rechts in der Ecke, da ist so eine 7. Wenn ich die voll habe, komme ich an den nächsten Experten ran. Nämlich an Mama Maybel. Ein hochrangiges Mitglied der Verbrecherfamilie, Antolini. Er hat für sich entschieden, dass das Heilproblem sich zu negativ auf die Profite ihrer Familie auswirkt und sie es selbst lösen will. Okay, will die mich überfahren? Ja, wir schauen mal. Ich mache jetzt nach und nach mal die 7 voll. Und dann stellen wir uns dieser Mama. Vielleicht ist es unsere Mama. Es heißt oft, das Wasser am Carrier-Key sei so klar wie Gin. Wenn ich daran denke, könnte ich noch ein Singapur-Sling vertragen. Oh mein Gott! Die Analyse der Küstengewässer zeigt, dass der Besitzer des Gebietes eines Tages einen netten Scheck des National Flood Insurance Programme erhalten wird. Echte Jäger hassen die Tierwelt von Grund auf. Ganz besonders die Haifischjäger. Oh mein Gott! Verursachen Stürme, die vor drei Jahrzehnten nur geringe Auswirkungen hatten, heute erhebliche Überschwemmungen. Die Analyse der Küstengewässer zeigt, dass der Küstengewässer ist. Auch wenn eine ökologische Katastrophe durchaus denkbar ist, sollte man die Gewinne von Exoco Petroleum im vorherigen Quartal betrachten. Jetzt kommt sie. Bleib weg. Die zahlungskräftige Zeitbombe. Mama Maybear. Zahlungskräftige Zeitbombe, genau. Die Überentwicklung der Küste schafft ein gefährlicheres, komplexeres Umfeld. Das Knorpelskelett dieses Heis kann nun der Menschheit als medizinisch nicht nachgewiesenes Heilmittel für Eczeme, Phlebitis und Magengeschmier. Die Küstenerosion betrifft derzeit über 70% der Sandstrandgebiete der Welt. Aber wir müssen ein bisschen in tieferes Wasser, dass wir auch abhauen können vor dem... So... So... Hoffentlich kommt gleich Mama Maybear, oder wie sie heißt. Oh, ein Chatsby. Eine umfangreiche Haifischjagd steht bevor. Da kommt sie schon. Die zahlungskräftige Zeitbombe. Mama Maybear. Ja. Ja, steiger noch! Ach so! Die Meeresräuberin zeigt sich unvorsichtig. Obwohl die Situation weiter eskaliert. Yes. Puh. Geschafft. Der Golfstrom transportiert warmes Wasser über den Atlantik in Richtung Nordost zu englischen Küstenstädten, in denen launische Rentner, Eselreiten und Heroinsüchtige das Stadtbild erfüllen. Wir stimmen jetzt als nächstes mal zu dem Zielpunkt da. Mal sehen, was das ist. Wenn die ihre Suche beendet haben. Wir müssen mal ein bisschen am Grund lang schwimmen. Der Golfstrom ist nur eine von vielen Hauptströmungen, mit denen Seeleute seit jeher die Welt umsegeln. Was ist denn das überhaupt für ein Zielpunkt? Achso, wie der Vater, Sohn, Nicht, der Sohn. Mehr als drei Viertel der Erdgeschichte war das Land unbewohnt und es gab weit und breit kein einziges Wellnesshotel. Oh Gott, der Typ labert zu viel. Was habe ich denn jetzt eigentlich für ein Upgrade bekommen? Schwanz. Okay, dazu müssen wir in die Grotte. Machen wir gleich, da gehen wir gleich in die Grotte, wo wir sowieso hin müssen, nämlich hier hin. Genau. Wieder einmal kehrt der Hai zu diesem Ort der Ruhe zurück. Ruhe ist das nur, wenn du deine B*** hältst. Was haben wir denn für einen Schwanz? Bio-Elektrischer. Was kann denn der? Schwanzflössenschlag. Du feuerst deine Elektrizitätswelle ab. Achso. Tun wir mal verbessern, so weit es geht. Ah, reicht nicht. Okay. Naja, das geht nach und nach. Sammelt man das ein. Aber wir schwimmen jetzt mal zu dem Ziel. Was ist denn hier gerade los? Windows ist auch manchmal zum Kotzen mit seinen Scheiß-Updates. Hey, wo ist denn das? Hier. Genau. Da geht's hin. Einhaps und weg ist er, der Alligator. Alligator. Wo ist denn das da? Wenn man überlegt, wie schwer man es am Anfang mit diesen Alligatoren hat. Ich werde entschuldigt das Ruckeln, aber ich muss nächstes Mal, wahrscheinlich, darf ich im Hintergrund keine Steam-Spiele runterladen. Zurück an Bord, der Cajun Queen. Das ist Kyle, mein Sohn. Er ist nur den Sommer hier. Studiert Meeresbiologie. Ich kann mit einer Hand Haken anbinden. Er kann sich mit Zweika um die Schuhe binden. Muss er von seiner Mama haben. Ja. Ich habe meinem Vater das ganze Jahr geholfen. Haben viel Zeit zusammen verbracht. Aber wir standen uns nicht nahe. Er war Haifischjäger. Sonst nichts. Wenn jemand den Mega-Hai erwischt hätte, wäre er es. Ha, ich dachte, es wäre ein entflohenes Experiment der Regierung. Junge, er wollte diesen Hai. Unbedingt. Hat ihn mal gefunden, aber... nicht gefangen. Was ist mit deinem Vater passiert? Was ist passiert? Hört mal. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit verfragen. Ich habe zu tun. Genau wie Kyle Leblanc ist unser junger Bullenhai der Erbe einer langen Familientradition und versucht, seinen Platz in der Welt zu finden. Habt ihr das gelesen? Man Eater neue Folgen jeden Sonntag um 10 Uhr stand da rechts unten in der Ecke. Muss da schmutzern. Muss da schmutzern. So. Besuchere die Grotte von Golden Shores. Golden Shores. Ach da. Ich würde aber sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Danke. Danke euch fürs Zuschauen und ich nehme in Zukunft die Folgen mit Ton auf. Sowas passiert halt immer wieder mal. Okay Leute, danke fürs Zuschauen und einen schönen Tag noch. Kommt gut heim. Tschüssi. 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal.